So, let's go ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Königsschlampe. Bye, Duke Nukem, forever. Oha. What? I think we should move out, sir. Time to go! Fuck. Huh? Naja, zumindest... ...sind hier... Oh! Trinken! Und ich kann mir hier wieder... Nein! So wahnsinnig! Oh je! Too easy... Uh! Hatten wir das schon? Ich, wirklich, ich hasse die Nummer 2. Curln. Naja. Who the hell walks these things? Schließt denn hier ab? Habe ich schon Ahnung. Ihhh. Aber das ist eklig. That is eklig. Ah, natürlich! Natürlich! Warum bin ich... Ah, ich frag jetzt gar nicht nach. Und... Yeah! Na so, nicht anders. So, wunderbar. Dann... Tittis! Tittis! Oh man! Es ist so... Naja. Wir sagen jetzt einfach mal nichts dazu. Es ist halt auch irgendwie lustig. Muss man doch irgendwie sagen, oder? Ihr findet es bestimmt lustig. Hä? Es funktioniert nicht! Nein! So, okay. Auch jetzt! Muss man sich lang rumzögern. Oh mein Gott! Okay, das ist eklig. Das ist ja eklig! Das ist ja eklig! Okay. Okay. Und? Uh! Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Oh oh! Oh! Damn it! Yeah! Komm her! Yeah! In your... Ja. Oh! Damn it! What the hell? Was geht denn verkehrt? Oh oh! Oh, das ist nicht gut. Sag mal... Willst du mir... Oh Gott! Ich hasse es, wenn ich immer diese falsche Taste drücke. Ja. Klar. Klar. Alles klar. Nee! So. Oh Gott! Ja! Hit it! Und? Los! Oh ja! Ich glaube, damit habe ich ja ganz schön weh getan, hm? Oh oh! Nicht gut, nicht gut. Oh nein, 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 nein. Los! Yeah! Komm! Los! Und! Oh, das ist nicht gut. Buh! Guter! Too easy! Oh oh! Aua! 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 Mein Ego ist angekratzt! So! Haben wir's! Oh, komm, ey! Aua! Aua! Na, das ist gut! So ist gut! So machst du's gut, Ben! Und jetzt kommt sowieso gleich wieder so'n, 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 so'n Haufen Ball! Los! Los! Ja! Ja, sag' ich so! So! Quit bleeding, pussy! Und! Los! Ja! Gott! Oh oh! Oh oh! Heiliger! Oh oh oh! Nein, 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 nein! Ich hasse diese Viecher! Das kann nicht euer Ernst sein! Oh 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 Gott! Ernsthaft! Du Stück Scheiße, ey! Ah, das ist doch so'n Haufen Stück Dreck! Ah, das ist doch so'n Haufen Scheiße! Nein! Ey, das leckt mich doch am Arsch, Alter! Leckt mich doch hart am Arsch! Ey, ihr könnt mich doch echt langsam so fett am Arsch lecken, ne! Ne! Ja, genau! Durch alle Wände, durch alle Wände! Bist doch'n Scheiß Cheat! Fick dich, ey! Missgib... Fühl dich einfach nicht angesprochen! Fühl dich nicht angesprochen! Okay! Oh, sag' mal, das... Das Spiel geht im Verkehr! Ich will doch nur... Kann ich jetzt einfach... Dankeschön! In... Deine blöden hässlichen... Triple Titten, ey! So! Ja, du... Scheißegal! Fühl dich einfach nicht angesprochen! Naja! Stirb! Ja! Und du wirst sterben! Los! Gleich nochmal! Gleich weiter! Ja! Los! Brenne! 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 Und? Brenne! Brenne! Oh! Nein, 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 nein! So! Nicht mit mir, ey! Nicht mit mir, ey! Ja! Brenne! Ja! Verdammtes Ding! Komm her! Ich darf dich absolut auch irgendwie erniedrigen! Oder? Ja! Komm her! Oh! Ich werde ihm so wehtun! Ich werde ihm so wehtun! Oh ja! Gib mir deine Zunge! Ah! Ah! Hm! Widerliches Ding, ey! Oh! Haha! What the fuck? Hacks Ding! So! Kann ich wieder aufstehen? Vielleicht! Immerhin das maximale Ego erhört! Los! Stirb! Ach! Und jetzt kommt sie natürlich! Kein Problem, Leute! Duke hat alles gepackt! Oh mein Gott! Nein! Jesus! Ich bin nur ein Enginger! Medik! Oh! Okay, natürlich, komm ich, komm ich wieder auf die Beine, natürlich. Duke Nukem's Titty City. Ich will gar nicht wissen. Ich will, ich schau mir mal an, was, was, was wir jetzt hier so sehen. Cool, das sieht eigentlich ja relativ gut aus, oder? Kick-Ass, yeah! Kaum irgendeinen guten Spruch. Okay, dann. Well, first, I'm kind of hungry. So, I need something to nibble on. And then, I need something naughty to play with. Okay. Well, a girl has to play it safe, even with you, Duke. Oh, Gott! Alles klar, finde Popcorn ein Vibrator und ein Kondom. Gute Sache. Naja, das machen wir dann nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hab's dir gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video bei Duke Nukem Forever mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage, Tschüssi! Tschüssi!